Was für ein Anblick. Genießt es, solange es geht, Marines. Sobald wir gelandet sind, geht es wieder rund. Oberste Priorität, eine Landezone für die Frikante des Commanders sicher. Aber behaltet Augen und Ohren offen. Wir brauchen alle greifbaren Infos, wo wir hier eigentlich sind. Achtung, Marines. Los, los, los! Chief! Hop in eine gute Position. Oh, I can't get hit. Oh, nein! Ach jetzt, muss ich kämpfen. Gebt nicht auf, bis die Schiffe dieser Ketzer zerschmettert sind. Sie richten eine Luftabwehr-Batterie ein. Das Ding wird die Dornenstücke reißen. Granate raus! Fäng er weg! Fäng er weg! Fäng er weg! Fäng er weg! Jaegapark! 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 Bleibt zurück! Ich will uns in eine Fahne warten! Sackeln auf ewig! Chief! Ich gebe den Brutes alles was ich habe! Das ist ein ziemlich haariger Kampf. Die Dorn hält nur ein paar Salven durch. Suchen Sie mir eine Stelle, an der ich landen kann. Over. Die Triebwerke sind schon schon nicht an den Kapital. Aber vor dem Absturz haben wir eine gute Hälfte. Die Dorn, die Dorn, die Dorn, die Dorn. 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 Die Dorn, die Dorn. Die Dorn, die Dorn, die Dorn, die Dorn. Was ist das für mich? Problem gelöst! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.